Christian Morgenstern Auf dem Fliegenplaneten Auf dem Fliegenplaneten, da geht es dem Menschen nicht gut. Denn was er hier der Fliege tut, die Fliege dort ihm tut. An Bändern voll Honig kleben die Menschen dort allesamt. Und andere sind zum Verleben in süßliches Bier, verdammt. In einem nur scheinen die Fliegen dem Menschen vorauszustehen. Man beckt uns nicht in Semmeln, noch trinkt man uns aus Versehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020